Das war gerade so richtig, aber ich habe nichts verstanden. Schade, ne? Als Deutscher ist immer in der Schweiz ein zweigleisiges Schwert. Da muss ich sagen, der Sommer kann man nichts sagen. Einwandfrei. Juli, August auch. Ich war ja die ganze Zeit Sport. Ich mache jetzt rein vom Ding her, habe ich sehr viel Sport geschaut. Olympia, klar. Internationale Doping-Festspiele. Aber auch Fußball, Euro-Ding, sagen wir es. Fußball, genau. Frankreich, Euro-WM. Ganz klar. Aber mich interessiert es gar nicht. Es ist mehr, dass ich schlafen kann. Wenn ich sehe, wie andere sich bewegen, werde ich müde. Nein, jetzt rein vom Ding her. Golf beim Olympia. Guck mal Golf. Nach drei Minuten bist du schon. Zum Glück kann ich bei mir daheim vom Fernseher direkt ins Bett schauen. Das ist eine Schweiz-Medaille. Wie war es? Slalom, Rieseslalom. Ausgefallen, ne? Ohne Federer, ohne Rotscher wird es schon eng im Beachvolleyball. Ganz klar. Ja, wir Deutsche natürlich schießen, ne? Wir schießen gern. Kleinkaliber, Vielseitigkeit, schießen. Ja, ja. Drei, vier Gold. Ja, ja klar. Und Pferd, Dressur? Ein deutsches Pferd geht nicht, es rückt vor. Ja, ganz klar. Ja, aber weißt du, Fußball. Ohne Thomas Müller waren wir in Frankreich. Na, du musst ja schon mal. Das musst du dir mal auf der Zunge vorstellen. Der war nicht dabei. Sein Schadde. Sein Schadde ist gesehen worden. Beim Elfmeterschießen, wie der mit dem Deprifilator geraten an den Ball. Und dann so ein, was war das? Schildkröte-Unterfunktion war das. Komplett am Ding vorbei. Und dann beim Interview, ja, Herr Müller, was war? Und der Müller, ja. Ja, he, 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 he. Und dann hab ich zu mir Jürgen gesagt, he, 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 jetzt weißt, so war's. Und dann weißt du, der Ronald Ding da, der Portugal-Goggle, weißt mit zusammen. Bei dem wär die Frisur mit dem Hubschrauber eingeflogen. Der Helikat. Naja. Naja. Naja, aber ich muss sagen, ihr Schweizer, ihr gefällt mir. Ihr seid anders. Ihr seid komplett irgendwie, ne? Ihr sagt klar ja oder nein oder ich weiß nicht, aber klar. Naja. 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 Und zwar das war wie so eine Statistik, ne? Mit zunehmender-, oder wie war's? Es hält die Beziehung am längsten, wo beide in einer festen Partnerschaft sind. Und mit zunehmender Beziehung steigt der Verbrauch. Unverhältnismäßig mehr, als wenn du das Einzel- aufs Solo-Ding pro ... Jetzt kannst du das ausrechnen. Warum ist denn eine Scheidung so teuer? Warum ist denn eine Scheidung so teuer? Weil sie es wert ist. Das war schön. Ich will jetzt auch nicht so'n Scheiss. Aber ich glaube, Frauen bei mir im nächsten Leben nicht mehr stationär. Nur noch ambulant. Ganz klar. Aber dasselbe ist auch. Menschen in Beziehungen leben nicht länger, aber es kommt ihnen so vor. Aber rein vom Bio sollst du ganz klar ... Der Mensch ist geschaffen für die Frau. Und Fiakka gibt's immer. Fiakka ... Erregertaps. Bei euch in der Schweiz, das habe ich auch nicht gewusst, da gibt's ein Kanton, da sind Frauen erst seit 1974 erlaubt. Das habe ich nicht gewusst, ne? Aber so ist das, ne? Der Roger Federer. Der alte Frauenkiller, ne? Aber so ist das im Fussball, ne? Gute Nacht. Danke. Aus Deutschland kommt für den Rolf Miller.